Immer dann, wenn wir eine Idee entwickeln, geht es für uns darum, diese möglichst schnell und effektiv in eine Art Prototyp zu übersetzen. Mit einem Prototypen in der Hand sind wir in der Lage, konkret zu werden und vor allem die kritischen Funktionen unserer Idee schnell zu testen. Es gibt vielfältige Arten und Weisen, Prototypen zu bauen. Wir können Prototypen von Produktideen bauen, genauso aber auch von Services oder Prozessen. Der Prototyp ist keine frühe Version des späteren Produkts. Er ist vielmehr Mittel zum Zweck, um mehr über die Idee und das dahinterliegende Problem zu lernen.